Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von Kostklima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und ARME, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mit Norbert Lang. Der Spitzname unseres heutigen Studiogastes war während seiner Profizeit The Rock. Und wer gegen ihn gespielt hat, der kann bestätigen, dass das ein richtig guter Name war. Denn viele sind an ihm schmerzhaft abgeprallt. Heute ist der Sportkoordinator der Ranecker Löwen und Teammanager der Deutschen Handballnationalmannschaft. Herzlich willkommen, Oliver Roggisch. Hallo. Wie oft haben die welche gesagt, dass dieser Name bestens passt zu dir? Ich glaube, also erstmal habe ich ihn relativ früh akzeptiert, weil ich ihn auch ganz nett fand. Er wird ja mit Doppel-G gesprochen, angelegt an meinen Nachnamen. Von daher, ich glaube, ich hatte es ganz gut gepasst und ich konnte gut damit leben. Ja, The Rock. Hast du den erfunden oder jemand? Nein, nein. Der wurde auch entwickelt. Es gab vorher mal ein paar andere Spitznamen, auf die will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil die waren ein bisschen komisch. Aber The Rock, damit konnte ich gut leben. Und das passt ja auch irgendwie zu meiner, ich meine, als Abwehrspieler so einen Spitznamen zu haben, schadet auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen Respekt einflößen und das hat ganz gut gepasst. Wir haben ja viel Zeit, über dein Leben zu sprechen, aber ich würde gerne mit etwas anfangen, dich dabei zu zitieren. Du hast mal gesagt, dein Talent würde nicht ausreichen, um in der Offensive agieren zu können, in der Handball-Bundesliga. Deswegen bist du nur Defensivspieler geworden. Sag das mal konkret, ist das so? Ja, stimmt nicht ganz. Die Anfänge bei Frischauf Göppingen waren ja so, dass ich aus Schutterwald kam, damals Zweitligist, und bin nach Göppingen gewechselt. Eigentlich damals in die erste Liga. Dann hat Göppingen glücklicherweise die Relegation verloren, was dann gut war für mich, weil ich dann nochmal ein Jahr hatte, Zweite Liga zu spielen. Und in der Phase war ich offensiv schon auch ein Thema, auch in der Bundesliga. Dann war es natürlich so, dass irgendwann eine Anfrage von Tusem Essen kam. Damals Dimitri Togoborna vor mir, der weltbeste Kreisläufer. Und es kam eigentlich für mich die Entscheidung, traue ich mir das zu hinter ihm? Oder sage ich, ich gehe den Schritt und entwickle mich halt Richtung Abwehrspezialist? Darauf habe ich mich eingelassen. Es war dann auch wirklich so, habe dann viel in der Abwehr von ihm aber auch lernen können. Also ich behaupte, wäre der Wechsel nicht gekommen, wäre ich wahrscheinlich nicht da gelandet, wo ich danach gelandet bin. Von daher bin ich mit meiner Karriere voll im Reinen. Früher war ich Rückraumspieler da, hätte es bestimmt nicht gelangt für ganz oben. Von daher, dass ich irgendwann mal Weltmeister werde als Abwehrspezialist, war so nicht abzusehen. Aber ich glaube, der Weg war schon gut für mich. Ja, Togo Warnhoff hat ja dann auch für die Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Genau. Ein super Typ, wie ich fand. Und ich habe ihn dann abgelöst. Das war dann so, er ist dann gegangen, weil dann war die Option nach Hamburg zu gehen oder zu den Rhein-Neckar-Löwen und ich bin dann zu den Rhein-Neckar-Löwen eher nach Hamburg. Also witzig. Ja, genau. Ich werde nie vergessen, beim Abschied hat er mir gesagt, Norbert, wenn du gehst, sagen wir in Russland, machen wir es so, als ob wir uns die nächsten zehn Jahre nicht mehr sehen. Wenn wir uns nach 20 Jahren sehen, machen wir es so, als hätten wir uns gestern gesehen. Aber so ist es auch. Aber wir wollen nicht über den russischen Kreisläufer sprechen, sondern über dein Leben, dass in Schutterwald die sportliche Karriere ja begonnen hat. Hat sich das früh abgezeichnet, dass es Richtung Handball geht? Warst du schon immer so ein langer Schlags? Ich war immer lang und vor allem ein Schlags. Also körperlich war ich wirklich spätentwickelt, muss man sagen. Ich war relativ groß, aber sehr, sehr schlank. Hatte natürlich in Schutterwald das Glück oder damals, mein Papa ist beruflich umgezogen aus München nach Schutterwald. Und ich habe damals noch gar nicht so verstanden, dass die da Bundesliga spielen und so. Dann war es halt echt ein Zufall und ich bin dann da in die Jugend gekommen. Martin Heuberger ist 300 Meter von meinem Familienhaus zu Hause weg gewesen. Und wir hatten natürlich überragende Verhältnisse für Jugendmannschaften. Also super Trainer. Die Halle stand 24 Stunden zur Verfügung für Handball. Und da war klar, dass man zum Handball gehen muss. Mein Papa hat Handball gespielt, mein Bruder hat Handball gespielt. Von daher gab es eigentlich nur diese eine Option. Und in Schutterwald hatte ich die besten Bedingungen dafür. Ja, gab es noch keine Fußballmannschaft? Weil die meisten Kinder zieht es ja unweigerlich irgendwann zum Fußball. Hat mich ehrlicherweise nie interessiert. Auch heute bin ich Fußball, klar, gehe ich ab und zu mal ins Stadion. Aber es war eher dann noch Tennis und Tischtennis am Anfang, parallel. Aber ich fand eine Einzelsportart auch für mich irgendwie zu langweilig. Und ich habe das Gesellige gebraucht. Und auch die Kabinenzeit nach den Spielen, die dann später natürlich auch mal in der Kiste Bier gestartet sind. Ich glaube, das ist im Handball einfach einmalig. Das gibt es, glaube ich, in wenig Sportarten, so wie bei uns. Und das hat mir immer schon gefallen. Ja, Handball ist ohnehin, ich sage es jetzt mal als Journalist, ist für uns Journalisten natürlich die Handballer deutlich besser, als mit Fußballern zusammen zu agieren. Da wartest du stundenlang, wenn überhaupt, auf ein Interview. Bei euch kommt, ihr kommt aus der Kabine raus, ihr seid volksnah, ihr gebt Interviews, auch bei einer hohen Niederlage. Das zeichnet ein Stück weit, diese Volksnähe zeichnet den Handball ja auch aus. Immer noch, finde ich, oder? Bestimmt, aber ich glaube, man muss die Fußballer auch ein bisschen in den Schutz nehmen, weil das öffentliche Interesse natürlich noch x-fach größer ist als bei uns. Also wir können es gut umsetzen, weil natürlich in der SAP-Arena auch keine 60.000 Zuschauer sind, sondern bekommen dann 12, 13, wenn es optimal läuft. Und da hast du natürlich auch mehr Zeit für die Zuschauer, für die Kinder nach dem Spiel. Ich verstehe die Fußballer schon, dass sie sich teilweise auch zurückziehen müssen, aber wir können einfach stolz darauf sein, wenn wir über Handball sprechen, dass wir so nah sind, dass wir eine Familiensportart sind, also eine SAP-Arena. Wir brauchen keinen Groß-Security, keine Polizei. Da kannst du mit kleinen Kindern hingehen, jeder weiß das. Das ist ein schönes Ambiente. Wir haben die schönste Arena in Europa mit der SAP-Arena in Mannheim stehen. Also das Gesamtpaket passt, wenn es dann sportlich noch läuft, umso schöner. Was ist eigentlich aus Schutterwald geworden? Es war ja, wie du es andeutest, war ja mal ein ganz großer Name, wie Leutershausen zum Beispiel auch. Mittlerweile Oberliga. Ich bin ab und zu da, weil mein Neffe spielt beim Schutterwald. Da habe ich mir jetzt ein paar Spiele angeguckt, letztes Wochenende zufälligerweise auch. Aber die Herrenmannschaft, ja, die spielen da eine gute Rolle. Aber für ganz oben, glaube ich, ist sowieso, die kleinen Dörfer werden es extrem schwierig haben. Also wenn du über Leutershausen sprichst, über Schutterwald, die werden nie mehr in die Bundesliga kommen oder annähernd dahin. Auch nicht zweite Liga, weil einfach die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht da sind. Das ist ein bisschen schade. Andersrum sieht man natürlich, wie sich der Sport entwickelt hat. Und das geht halt nur über die großen Städte. Ja, jetzt hast du viele Stationen gespielt. Du hattest es schon angedeutet. Du warst in Magdeburg, du warst in Essen, du warst bei Frisch auf Göppingen und hast viele Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen verbracht. Welche Station war denn, jetzt unabhängig davon, dass dein Arbeitgeber jetzt Rhein-Neckar-Löwen heißt, für dich auch als Sportler selbst die Schönste und vielleicht auch ohne, dass man einen Titel gewinnt? Die Schönste kann man so gar nicht sagen, weil jeder Klub seine Reize hatte. Natürlich mit Tusem Essen habe ich meinen ersten Titel gewonnen. Mit Göppingen bin ich aufgestiegen in die Bundesliga. Das war damals ja ein Riesending als Zweitligist. Da war das ganze Dorf eine Woche im Ausnahmezustand. Ich habe mit jedem Klub was gewonnen. Magdeburg-Europapokal gewonnen, Rhein-Neckar-Löwen deutscher Meister, Pokalsieger. Also natürlich jetzt die kurzfristige Erinnerung ist natürlich Rhein-Neckar-Löwen am präsentesten, das ist klar. Aber die Zeit in Magdeburg, wo dann auch Weltmeister geworden sind, 2007, dann der Wechsel. Das war schon was ganz Besonderes und auch unerwartet, weil ich damals ja nach Magdeburg gegangen bin, weil Tusem Essen pleite gegangen ist. Ich hatte meinen Vertrag in Essen verlängert, hatte parallel aber schon in Magdeburg einen Vertrag, um das abzusichern. Und ein Tag vor Urlaubsende kam ein Anruf vom Berater, hey, Essen ist pleite, du ziehst um. Und dann als junger Mann nach Magdeburg war damals auch nicht so viele westdeutsche Spieler. Ich kam dann mit Jogi Bitter, sonst war es ja entweder Ausländer oder Jungs aus dem Osten. Das war schon speziell zu der Zeit. Kam auch ein bisschen Gegenwind, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mich jetzt darauf ein, bin da hingefahren mit dem Umzugswagen damals noch. Und dann stand die halbe Mannschaft bei mir vor der Tür, hat mich empfangen, hat mir beim Umzug geholfen. Und damit war das Eis so gebrochen. Und ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, aber natürlich am erfolgreichsten, muss man sagen, mit den Rhein-Neckar-Löwen. Auch in der Region fühle ich mich total wohl. War auch schon früh klar, dass ich hier nicht mehr merken möchte, dass ich Anschluss im Verein arbeiten will. Und dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist ja für mich perfekt. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. War das so, hast du da früh dran gearbeitet, dass es sozusagen einen Anschlussvertrag gibt bei den Rhein-Neckar-Löwen? Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, dass wir relativ früh darüber gesprochen haben. Und dann kam natürlich bei mir eine Verletzungssituation dazu. Ich hatte mir das Innenband im Knie gerissen, hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag. Und dann haben wir uns ehrlich zusammengesetzt, gesagt, hey, schaffen wir das nochmal zurück auf das Level. Und ich habe gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, aber ich hätte auch kein Problem, jetzt meine Karriere zu beenden. Eben mit dem Gedanken, dann bei den Rhein-Neckar-Löwen anzufangen, damals als Teammanager und bei Nationalmannschaft zeitgleich eben auch. Und dadurch, dass sich diese Türen so geöffnet haben, da habe ich zugegriffen. Und ich glaube, im Nachhinein das Beste, was ich tun könnte, ich bereue überhaupt nichts. Ich hatte eine super Karriere und war auch wirklich fein damit, meine Karriere dann zu beenden. Also da gab es mit dem Abschiedsspiel, was wir vielleicht später auch noch besprechen werden, einfach einen perfekten Abschluss. Sportlich gesehen nicht, weil wir die deutsche Meisterschaft verpasst hatten. Aber so wie es dann kam, bin ich absolut im Reigen. Ja, hilf mir mal ein bisschen weiter. Was ist der Unterschied zwischen einem Sportkoordinator bei den Rhein-Neckar-Löwen und einem Teammanager bei der Handball-Nationalmannschaft? Oh, da gibt es große Unterschiede. Also bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft musst du ja keine Spieler scouten in dem Sinne, sondern du bedienst dich von den besten Spielern in Deutschland. Da musst du kein Budget beachten, nichts. Bei den Rhein-Neckar-Löwen geht es natürlich darum, aus dem Budget, was wir haben, die besten Spieler zu den Löwen zu holen, sie dann im Idealfall zu entwickeln und auch zu verlängern zu können. Also ist es schon ein extremer Unterschied. Bei der Nationalmannschaft bin ich ja, wenn du willst, 60 bis 70 Tage im Einsatz vor Ort, aber nicht in der Planung, was jetzt den Kader angeht, beschäftigt. Von daher ist es schon ein großer Unterschied. Und selbst dann, wenn ich bei WM oder EM bin, dann arbeite ich ja trotzdem im Hinterkopf für die Rhein-Neckar-Löwen weiter. Wenn ich da interessante Spieler sehe bei Gegnern, dann habe ich die natürlich auch im Hinterkopf. Von daher ist Rhein-Neckar-Löwen eigentlich 365 Tage im Jahr im Kopf und Nationalmannschaft dann, wenn ich da bin. Ja, ja. Weltmeister 2007. Lang, lang ist her. Lang, lang ist her. Aber es erscheint einem so nah zu sein, die Bilder. Vielleicht liegt das auch daran, dass es jedes Jahr ja ein Turnier gibt und mein Handball so, selbst wenn ich nicht Stammgast bin bei den Rhein-Neckar-Löwen, ja immer im Kopf auch habe, aber diese Bilder von 2007, welche sind übrig geblieben bei dir? Ja, witzigerweise sind sie sehr aktuell, weil ich vorgestern in Köln war bei der Pokalauslosung. Bin dann auch einmal um die, lang ist das Arena rumgelaufen. Das ist immer noch was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. So sehr, wie ich die SAP Arena liebe. Aber diesen Erfolg damals, das heftet an und das ist auch schön. Ich rede nicht so gerne darüber, wenn ich ehrlich bin, wenn ich in der Arena bin, da kommen Gefühle hoch, die kannst du fast nicht beschreiben. Ich finde es immer doof, über die Vergangenheit zu sprechen, aber das ist natürlich ein großes Thema und das war eine unfassbar schöne Zeit. Jetzt sind die Hockeyspieler ja Weltmeister geworden. Ich habe gestern einen von ihnen getroffen bei der Auslosung und deswegen kann ich gut nachvollziehen, wie es den Jungs geht. Aber wir hatten ja das Erlebnis in Deutschland, also in unserem Wohnzimmer mit einer wahnsinnigen Euphorie und das ist natürlich ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Ja, wir hatten ja schon einige Sportler hier, die vieles gewonnen haben, olympische Spiele. Und ich erinnere mich, dass die meisten immer sagen, also so realisiert habe ich es eigentlich nicht an dem Tag, an dem mir der Erfolg geglückt ist, sondern dieses Gefühl kam eigentlich erst die Tage danach. Jetzt hast du ja einiges geschafft und einiges gewonnen. War es bei dir genauso? Hundertprozentig. Also du hast ja danach erst mal Stress. Also du holst den Titel, freust dich und dann kommen ja tausend Termine. Wir waren ja in x TV-Shows bei TV Total und bei, keine Ahnung, im aktuellen Sportstudio. Also wir waren nur unterwegs. Das war eine Woche lang nur Stress, wenn man ehrlich ist, aber ein schöner Stress. Und dann bist du irgendwann zu Hause, hast die Medaille in der Hand und dann machst du erst mal Aha. Das Schöne bei uns war ja, es gab dann einen Film darüber, Projekt Gold, und den guckst du natürlich dann irgendwann mit deinen Kindern an und dann kommen die Gefühle wieder hoch. Ich habe echt lange gewartet, mir den Film anzuschauen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja auch albern und so. Und du bist ja noch kein Rentner, der da in seinem Sofa sitzt und sich freut, was alles mal früher geschafft hat. Aber als die Kids dann danach gefragt haben, dann ist es natürlich schon schön, muss man ehrgeweise sagen, dass man so eine Erinnerung dann auch als Film hat und der auch wirklich geil geworden ist, muss man ehrlich sagen, das ist schon schön. Ja, ich meine, es gibt ja nicht so viele, die Weltmeister werden in ihrer Sportart, das muss man ja schon sagen. Und dann in Deutschland, das ist halt nochmal. In dieser Arena, mit diesem Jubel, denn eines werde ich nie vergessen, wie ihr nach dem Spiel alle mit dem aufgeklebten Bart von Heiner Brandt rumgelaufen seid. Das hat gepasst. Wer hatte die Idee? Die Idee, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, dass Henning Fritz insolviert war. Wer sie dann aufgetrieben hat, weiß ich gar nicht mehr, aber dass halt alle auch mitgezogen haben. Ich glaube, heutzutage würden die einen oder anderen sagen, hey, da blamiere ich mich doch und mache mich zum Affen. Und dann gibt es die Fotos, Social Media und wir haben damals einfach nur, das war gar kein Thema. Es war ganz klar, früher haben sie ihm den Bart abrasiert und jetzt stellen wir uns hinter Heiner und kleben uns mal den Bart an. Gab es da dann in der Kabine auch das eine oder andere Kaltgetränk nach dem Titelgewinn? Ich sage ja, nicht nur eins. Also die Woche war relativ hart, nicht nur von den Terminen her, sondern auch vom Alkohol. Aber ich glaube, das könnte man heutzutage gar nicht mehr so feiern, wie wir es gefeiert haben. Aber es hat einfach gepasst und wir haben es auch in vollen Zügen genossen. Es gibt eine Statistik, in der bist du auf dem zweiten Platz. Es geht um die Strafzeiten, nur zweiter Platz. Ich darf es gerade hier vorlesen, 497 Zeitstrafen in 432 Spielen, klickst knapp hinter Volker Zerbe. Ist das was, worauf du stolz bist? Die Frage muss ich jetzt so doof stellen. Also ich bin stolz darauf, dass ich nur Zweiter geworden bin, also der größte Volker Zebo, also Zebo-Prügelknabe. Weil, ja, ich habe ja Scherz, habe schon gesagt, vielleicht muss ich nochmal ein paar Spiele machen. Ich glaube, das könnte ich relativ schnell aufholen. Weil so schnell bin ich nicht mehr auf den Beinen. Also ich glaube, die eine oder andere Zeitstrafe könnte noch dazukommen. Aber nein, Zebo hat natürlich noch ein paar Spiele mehr gemacht als ich. Und er ist auch ein Riesenvorbild für mich gewesen damals. Ich habe als Junge natürlich auch verfolgt, weil er als er Nationalspieler war. Er hatte zwar nie die Ehre, mit ihm zusammenzuspielen in der Nationalmannschaft, weil er dann schon weg war. Aber ein unglaublicher Spieler. Und herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Ja, den lässt du gerne andern. Genau. Lass uns doch mal am Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Der Abwehrspieler, der ganz selten, immerhin 48 Tore, das darf ich auch noch sagen, hast du erzählt. Steht zumindest da. Ja, ab und zu war mal ein Gegenstoß dabei. Ab und zu, den du auch geschafft hast. Ja, genau. Über das ganze Feld. Aber ist das nicht komisch, wenn man nur da hinten diese, ich muss es so deutlich sagen, Drecksarbeit machen muss? Das ist ja Drecksarbeit und es ist harte Arbeit. Passt du mich nicht, ehrlicherweise. Bitte? Weil die Drecksarbeit, das sieht vielleicht jemand, der außenstehend ist, weil er sagt, okay, der kann nicht glänzen, der wirft keine Tore. Heutzutage so ein schöner Dreher oder Camper ist natürlich spektakulär. Aber in einer Mannschaft bist du ja hoch angesehen als Abwehrspieler, weil jeder weiß, Torhüter Abwehr ist so, damit gewinnst du Meisterschaften. Also du gewinnst Spiele natürlich auch mal, wenn Uwe Gensheimer mal gut drauf ist. Oder ein Juri Knorr oder ein Patrick Rötzky. Aber die Meisterschaft gewinnst du nur, wenn die Abwehr steht. Und deswegen bist du in einer Mannschaft hoch angesehen. Und dadurch, dass du natürlich auch nur Abwehr spielst, musst du ja extrem gut sein in dem, was du tust. Weil sonst würde jeder Trainer sagen, hey, da hole ich mir doch einen, der auch vorne spielen kann. Da habe ich ja einen deutlichen Mehrwert. Also ich glaube, dass es schon so war, weil ich natürlich in dem, was ich gemacht habe, auch gut war. Klar kamen einige Zeitstrafen dazu. Es war auch eine andere Zeit. Heutzutage wird es vielleicht so Spieler wie mich nicht mehr geben oder die könnten sich nicht mehr durchsetzen. Aber damals war es auch schon wichtig. Ich war sehr emotional extrovertiert, konnte auch mit einem oder anderen Spielern mitreißen. Es ist ja nicht nur die Abwehrarbeit, sondern auch Kommunikation mit dem Trainer. Ich war unter Heiner Brand dann Kapitän. Also ich hatte da schon eine wichtige Rolle. Und deswegen Drecksarbeit, ja, vielleicht für den Außenstehenden. Aber für mich war es nicht so. Ich habe auch immer Spaß daran gehabt. Ja, das wollte ich jetzt fragen, ob es dir trotzdem Spaß gemacht hat. Für mich war jeder Block genauso, als wenn ich ein Tor werfen würde. Also wenn ich ein Tor gemacht habe, ja, okay, war cool. Aber wenn ich wusste, ich habe einen coolen Block gehabt oder ich habe einen Kreisläufer nicht ins Spiel kommen lassen. Und diese Zweikämpfe haben mir so viel Spaß gemacht. Und ich konnte mich da auch wirklich dran hochziehen. Das hat mir schon gereicht. Aber es hat wehgetan oft. Ich glaube, dem Gegner meistens mehr als mir. Aber ich würde lügen. Der Rock. Genau. Ich meine, wenn man meine Nase anschaut, dann sieht man auch, dass der eine oder andere Schlagwurf bei mir im Gesicht gelandet ist. Ich habe auch einige schwere Verletzungen davon getragen. Aber das gehört im Sport dazu. Und es war nie so, dass ich jemanden böswillig jetzt verletzen wollte. Sondern klar, es kamen Verletzungen auch beim Gegner dazu. Aber mich hat es auch manchmal getroffen. Aber im Großen und Ganzen konnte man sich nach dem Spiel immer in die Augen gucken. Und das ist heute immer noch so. Und das zeichnet Handball, glaube ich, auch aus. Ja, absolut. Absolut. Handball hat sich entwickelt. Und in den letzten, selbst im Vergleich zu deiner aktiven Zeit, der Sport ist, wie fast alle anderen Sportarten, ja auch immens schnell geworden. Man denkt ja immer, die Entwicklung muss irgendwann mal stoppen. Und trotzdem wird es immer schneller. Jetzt beobachtest du das von draußen. Wenn du vergleichst sie zu deiner Zeit, wäre es schöner, heute zu spielen als damals? Für mich nicht. Weil ich glaube, dass ich nicht athletisch genug war, um heute auf dem Level mitzuhalten. Ich war zwar kräftig, aber wenn du guckst, die Spieler werden teilweise gar nicht mehr größer, sondern eher kleiner und schneller. Also wenn du die dänische Nationalmannschaft anguckst, so wendige, schnelle Spieler. Juri Knorr ist auch, das sind Top-Athleten, die sich vernünftiger ernähren, die wirklich noch viel mehr tun für ihren Körper als wir damals. Die kaum noch Alkohol trinken. Also es ist wirklich krass, wie der Sport nochmal professioneller geworden ist. Ich bin froh, dass ich zu meiner Zeit aufgewachsen bin. Es gab kein Social Media. Wir konnten feiern gehen. Es war auch mal ein Bier erlaubt. Wir haben nicht alle drei Tage gespielt, sondern einmal die Woche oder alle 14 Tage. So die Zeit dazwischen. Und wir hatten einfach ein lockeres Leben und auch nicht so beobachtet wie heutzutage. Jetzt mal von den Fußballprofis abgesehen, die können ja keinen Fehltritt mehr erlauben. Wir konnten damals schon mal nach Mallorca fliegen. Da hat keiner drüber gesprochen, auch wenn das mal in der Saison war. Und ich glaube, dass ich eine schönere Kindheit dadurch hatte oder Jugend auch hatte, weil es einfach unbeschwerter war. Und heute durch Social Media musst du schon extrem aufpassen als Jungprofi. Du bist oft bei der Nationalmannschaft. Du hast in den letzten Jahres vieles gesehen. Du hast viele Enttäuschungen erlebt mit der Handball-Nationalmannschaft. Jetzt hatten wir eine Weltmeisterschaft, die sehr positiv gelaufen ist, auch wenn es unterm Strich wieder nicht ganz gereicht hat. Aber wenn man diese Mannschaft anschaut, dann steht der doch eine große Zukunft bevor. Wow. Fragezeichen. Nein, kein Fragezeichen. Kein Fragezeichen. Wenn du dir die Mannschaft anschaust mit Julian Köster, Juri Knorr, haben wir junge Leute, die noch voll in der Entwicklung sind, die aber schon eine Riesenrolle spielen. Wir haben immer noch mit die besten Torhüter auf der Welt. Ich meine, Niklas Landin schwebt vielleicht ein bisschen obendran, aber mit Joel Bierleben und Andi Wolf. Da kommt ja noch Klimke dazu, der auch auf dem Weg ist. Wir haben, glaube ich, eine super Zukunft vor uns. Wir spielen jetzt ein Heim-EM nächstes Jahr. Und der fünfte Platz jetzt war schon super, weil wir auch sehen, dass wir nicht so weit weg sind. Wir verlieren ja die Spiele, die wir verlieren, nicht so glasklar, sondern wir sind dran. Gegen Frankreich hätten wir das Spiel gewinnen nicht müssen, aber nach der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser. Von daher glaube ich, dass da viel, viel möglich ist. Und wir wollen natürlich kurzfristig wieder ein Halbfinale spielen. Ja klar, das ist ja doch das große Ziel nächstes Jahr. Du hast es ja gerade angesprochen. Da ist ja der Weg schon vorbereitet. Dafür ist es denn manchmal so, dass sowohl bei den Rhein-Neckar-Löwen als auch der Nationalmannschaftsspieler zu dir kommen und dich um Rat bitten? Sehen die noch den früheren Top-Abwehrspieler? Das ist ja schon wieder ein paar Tage her. Ja, ich meine, Handball hat sich natürlich schon auch entwickelt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ins Trainergeschäft eingreife, mit Alfred Gießersson und Erik Wuttke, zwei hervorragende Trainer, die einen riesen Job machen. Die Jungs holen sich teilweise eher einen anderen Rat. Also wenn sie kommen und sagen, hey, das ist meine erste WM und die wissen auch nicht, wie sie mit den Medien umgehen sollen. Ich glaube, die Rolle ist eher eine andere. Da geht es nicht um taktische Dinge, sondern eher, wie verhalte ich mich den Medien gegenüber? Wie gehe ich mit dem Trainer um, wenn ich ein Problem habe? Ich bin ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen Mannschaft und Offiziellen, also zwischen Trainerteam. Und die kommen mit mir zu ganz anderen Problemen auch. Also auch Dinge, die sie sich nicht trauen, beim Trainer anzusprechen oder zu fragen, hey, das habe ich wieder nicht gespielt. Was meinst du, woran liegt es denn? Und da, glaube ich, kann ich eher eingreifen und Tipps geben, dass ich jetzt jemandem sage, hey, wie er in der Abwehr zu agieren hat. Dazu sind die Jungs zu gut. Und das will ich mir auch nicht anmaßen, da jetzt noch ins Trainergeschäft einzugreifen. Ich habe im Internet ein wunderschönes Bild gesehen mit deinem Sohn und mit dem Sohn von Harald Reinkind. Das war nach dem Spiel. Ich weiß von Holger Löhr zum Beispiel. Den kennst du ja auch noch. Holger Löhrs Sohn, der hat das Talent vom Papa geerbt und ist schon als kleiner Steppke schon rumgerannt wie ein Verrückter und hat Bälle geworfen. Wie ist es denn bei deinem Sohn? Der Große spielt Fußball und Handball. Handball erst seit kurzem. Und ich habe auch ganz klar gesagt, die sollen alles ausprobieren, was sie möchten. Der spielt auch Golf in St. Leon Roth. Also von daher soll er alles, was mit Bällen zu tun hat, probieren. Und ich halte es auch für sehr sinnvoll, Kinder erst mal einen freien Lauf zu lassen. Die müssen gucken, was ihnen Spaß macht. Und im Endeffekt landen die meistens da, wo ihre Freunde landen. Also wenn der Kumpel aus der Schule beim Handball ist, dann geht er auch hin. Ist der beim Fußball, geht er zum Fußball. Die sollen alles ausprobieren. Und ich freue mich, dass sie Sport machen. Und es ist ganz egal, welcher Ball es ist. Dass ein Ball dabei ist, finde ich schon wichtig. Ja, absolut. Da stimme ich zu. Und wenn es kein Einzelsport hat, ist es umso besser. Golf wird es mal ein bisschen außen vor gelassen. Aber die werden ihren Weg gehen. Und Papa lässt da freien Lauf. Ja, die Wissenschaftler, die Sportwissenschaftler empfehlen ja ohnehin, dass man sie erst mal die ersten Jahre generell turnen lassen soll oder sonstige Dinge tun, bevor die Spezialisierung anfängt. Wann war, und jetzt kommen wir doch wieder ein Stück weit zurück, wegen des Wortes Spezialisierung. Du hast ja gesagt, bei dir war früh klar, die Halle war offen, es gab viele Trainer. Wann hast du den ersten Ball geworfen? Mit vier Jahren. Tatsächlich? Also ich bin ja in München aufgewachsen, in Baltam, und habe beim TSV Vaterstetten tatsächlich angefangen. Und mein Bruder war schon im Verein. Und ich wollte dann eben auch. War aber eigentlich noch zu klein. Und mein Papa hat mich dann mitgenommen. Und ich hatte meinen Ball dabei und war perfekt durchgedressed und super Outfit. Aber dann wurde mir gesagt, du wärst zu klein. Du darfst doch nicht mitspielen. Und dann sind wir zwei-, dreimal hingegangen, weil mein Bruder eben auch da war. Und irgendwann hat der Trainer gesagt, komm, lass den da mitrennen. Und ich war körperlich natürlich viel kleiner als alle anderen. Und da ging es schon los, dass ich mich natürlich gegen meinen älteren Bruder durchsetzen wollte. Der war 20 Monate älter als ich. Und ich glaube, meine Karriere war da schon vorprogrammiert. Ich war immer der Kleinste. Es gibt Mannschaftsfotos von mir. Das glaubt man heute nicht mit Gleichaltrigen. Die waren alle zwei Köpfe größer. Und ich war immer der Kleine in der Mitte. Und ich bin dann erst in die Länge gegangen. Wurde dann natürlich spargeldünn. Also wenn man Holger Glandorf anguckt in seiner Aktivperihe, so sah ich aus als Jugendspieler. Und habe dann aber irgendwann auch einen Körper aufgebaut. Das kam relativ spät bei mir. Und da wurde dann schon klar, dass man vielleicht auch mal mit 16, 17 drauf schielt. So weit weg ist man nicht von ihnen da oben. Und ich hatte natürlich in Schutterwald auch die perfekten Bedingungen. Und durfte dann relativ früh mal bei den Herren mittrainieren. Damals war noch Magnus Andersson in Schutterwald. Als überragender, als Weltmeister mit Schweden damals. Absolutes Idol. Und da kam ich dann als junger Mann dazu. Und da ging es dann langsam los, dass man auch geguckt hat, dass man ein bisschen Muskeln aufbaut. Blicken wir noch auf die Rhein-Neckar-Löwen. Und die ja doch eine wechselhafte Geschichte die letzten Jahre erlebt haben. Mit einigen Trainer wechseln. Aber in dieser Saison scheint es zu laufen. Jedenfalls deutlich besser als in den letzten Jahren. Warum? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn das im Sport immer so einfach wäre, dann könnte man so eine schlechte Phase auch schnell überbrücken. Ich glaube, im Handball muss es passen. Wir hatten eine Phase, dass es mit Trainern nicht lief. Dass Nikolaj Jakobs in seinem letzten Jahr gesagt hat, okay, er verlängert den Vertrag nicht. Jeder wusste, Nikolaj geht. Und da ging es so langsam los, die Problemchen. Das wurde dann immer mehr. Dann gab es ein, zwei Trainerwechsel. Martin Schwalb hat so den Turnaround erst hingekriegt, meiner Meinung nach. Dann war auch klar, er geht wieder zurück nach Hamburg. Aus familiären Gründen. Dann war klar, man holt Sebastian Hinze. Wollte ihn ein Jahr früher aus dem Vertrag holen. Hat nicht funktioniert. Dann Zwischenlösung, der Co-Trainer übernimmt. Es waren viele Dinge im Nachhinein, wo man sagen kann, die hätte man besser machen können. Corona kam auch dazu. Da hat man gemerkt, dass wir als Mannschaft noch nicht so gefestigt waren. Ich finde, dass wir damit nicht so gut umgegangen sind wie manche andere Mannschaften. Warum es dann auf einmal besser läuft, die Qualität des Kaders war, glaube ich, gut genug. Das kann man im Nachhinein sagen. Das war ja auch oft der Vorwurf, dass man den Kader falsch zusammengestellt hat. Dass der Kader nicht die Qualität hat. Jetzt sehen wir, wir haben es. Manchmal braucht es einfach Zeit. Manchmal braucht man auch Geduld als Verein. Manchmal muss man vielleicht auch durch so ein Tal gehen, dass die Jungs auch kapieren, jetzt müssen wir alle unseren Arsch hochkriegen auf gut Deutsch und zusammenhalten als Team. Mit Sebastian Hinze, der es auch wirklich überragend gemacht hat, der super mit jungen Leuten arbeitet, der hat es geschafft, aus der Mannschaft ein Team zu formen. Die Leute haben natürlich ihre Plätze gefunden. Wenn wir nachher noch über Andi Schmid sprechen, der gegangen ist, um Juri Knorr den Platz freizumachen. Der Junge hat sich in kürzester Zeit um 180 Grad gedreht, hat Verantwortung übernommen, hat eine ganz andere Rolle in der Mannschaft gehabt. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die dazu beitragen. Was ist mit dieser Mannschaft möglich? Viel. Ich glaube, in Zukunft sehr, sehr viel. Kurzfristig gesagt, wollen wir natürlich international spielen. Der Kader ist gut genug dafür. Wir müssen, glaube ich, auch in dieser Region mindestens die Europa League spielen, um zu zeigen, dass wir da oben dabei sind und langfristig wollen wir natürlich wieder angreifen. Da geht es natürlich aber auch um Budget. Wir müssen natürlich auch das Budget so aufbauen, dass wir die Spieler, die jetzt da sind, auch langfristig halten können. Juri Knorr hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Die Spieler müssen natürlich auch sehen, dass mit den Rhein-Neckar-Löwen in Zukunft viel möglich ist. Wir müssen ihnen auch den Weg aufzeigen. Da müssen wir auch im Budget arbeiten, um uns so aufzustellen, dass wir die Mannschaft punktuell verstärken können und die Spieler eben auch halten zu können. Als die Jenny Kettemann da war, die Geschäftsführerin von den Rhein-Neckar-Löwen, habe ich ihr eine ähnliche Frage gestellt, die ich dir jetzt stellen werde. Weil ich weiß ja, dass es seit vielen, vielen Jahren ein großes Trainingszentrum gibt, ein Jugendhaus auch, viele Nachwuchsspieler, die bewusst zu euch gehen. Aber es kommt ganz selten jemand, der es schafft, dann auch in der Bundesliga zu spielen. Woran liegt das? Gibt es zu wenig Talente? Wenn wir uns jetzt in einem Jahr zusammensetzen, werden wir sagen, wir haben es da und da und da geschafft, weil es kommen einige. Das ist Zustand. Ja, ja. Also es ist wirklich so, dass wir es jetzt geschafft haben, gerade auf den Außenpositionen wird es jetzt spannend, weil da sind Kandidaten dabei, die den Sprung schaffen können, ähnlich wie damals Patrick Rötzke oder Uwe Gensheimer. Diese Ausnahmetalente hatten wir nicht immer. Also Philippa Honso war einer von denen, den haben wir aktuell ausgeliehen an GWD Minden, der spielt die Erste Liga. Viele spielen in Friesenheim in der Zweiten Liga. Es ist nicht ganz richtig, dass wir die nicht entwickeln können. Nur der Sprung von A-Jugend, zweite Mannschaft in der Dritten Liga zur Bundesligaspitze ist extrem hoch. Deswegen müssen manche Spieler mal einen Umweg gehen und wir sehen aber dann im Nachhinein auch wieder Spieler in der Bundesliga landen, aber eben nicht bei uns. Aber jetzt gerade auf den Außenpositionen sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr einige Spieler sehen werden. Okay, dann sehen wir uns in einem Moment. Sarah Rias ist einer von den Kandidaten. David Moré. Also da sind schon Leute dabei. Torhüterpositionen haben wir zwei richtig gute Torhüter, die auch schon gespielt haben mit David Späth und Max Krupe. So, da sind schon welche dabei. Du hast vorhin angedeutet, du lebst gerne in der Region. Es war klar, dass du bleiben möchtest hier und nicht zurückgehen willst nach Schutterwald oder wohin auch immer. Was ist es denn, was die Region für dich ausmacht? Also erst mal bin ich in meiner Karriere sehr, sehr viel umgezogen, als Kind schon. Und mir war klar, dass ich irgendwann mal ankommen möchte, wenn man das sagen will. Und die Entscheidung damals zu den Rhein-Neckar-Löwen zu wechseln, ich hatte auch ein Angebot vom HSV, wo ich deutlich mehr Geld verdient hatte, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ich hatte schon immer den Plan, meine Karriere irgendwo zu beenden, wo ich dann auch leben möchte, wo ich auch immer beruflich ankommen möchte und war dann auch so clever zu reflektieren, dass es natürlich auch einfacher sein könnte bei einem Verein, wo man das Umfeld kennt, wo man die Sponsoren kennt, wo man zu Hause ist. Und das ist damals schon mit eingeflossen, dass es dann natürlich so läuft, wie es jetzt lief, ist ein Traum. Das kriegt auch nicht jeder Profisportler. Also so ein Übergang, wie ich ihn hingekriegt habe, ist auch wahrscheinlich außergewöhnlich. Aber ich liebe die Region. Ich meine, das Wetter ist super. Ich bin ratzfatz in den Bergen, wenn ich Ski fahren möchte. Der Wein in der Pfalz ist ja auch nicht ganz so schlecht. Also es gibt schon viele Vorzüge, die passen. Und meine Frau kommt ja aus Ostfriesland, hat in Hamburg studiert. Für die war es eine Umgewöhnung, aber mittlerweile ist sie auch angekommen und wir genießen es einfach hier in vollen Zügen. Du hast vorhin angedeutet, dass es in der Kabine früher immer mal so ein Kasten Bier auch gab. Jetzt ist es heute, glaube ich, nicht mehr dein Lieblingsgetränk, oder? Nein. Also ich habe relativ wenig Bier getrunken. Meistens habe ich es getrunken, einfach weil es war einfach gesellig und man wollte auch dabei sein. Ich hätte damals schon lieber mal einen Wein getrunken, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, einen schönen Weißwein oder im Sommer meine Weißweinschorle auch genieße ich deutlich mehr. Natürlich in Maßen, aber ich habe ein bisschen die Liebe zum Wein gefunden. Ja, zu welcher Art von Wein? Alles, was so... Hauptsächlich Weißweine, Rotwein relativ... Ja, ja. Also nur Pfälzer Weine. Also ich würde nie mehr einen Wein irgendwo importieren lassen, weil wir haben so gute Weine hier vor Ort. Und Weingut Knipser, mittlerweile ein guter Bekannter von mir, der selber Handball gespielt hat, kann ich nur empfehlen und da bin ich wirklich sehr, sehr gerne und weiß es auch sehr zu schätzen, ja, so gute Weingüter hier vor der Haustür zu haben. Wenn wir ein paar Jahre auch vorausblicken, du bist Mitte 40 mittlerweile. Das hört sich hart an für mich, wenn das einer sagt. Ja, das soll ich dir jetzt mal sagen, wie alt ich bin. Soll ich dir mal sagen, wie alt ich bin. Das klingt richtig hart. Was machst du denn in zehn Jahren? In zehn Jahren werde ich noch bei den Rhein-Neckar-Lüben sein, welcher Position auch immer. Ich glaube, dass ich mich beruflich nicht mehr verändern werde und auch nicht muss. Die Nationalmannschaft ist natürlich auch noch ein Thema. Es ist viel geworden, muss man in ehrlicherweise sagen. Ob ich noch bei beiden Nationalmannschaften und bei den Rhein-Neckar-Lüben bin, das weiß ich noch nicht. Das muss man mal sehen. Meine Frau arbeitet mittlerweile wieder bei der TSG Hoffenheim nach der Babypause. Das hängt ein bisschen davon ab, glaube ich, was meine Frau machen möchte. Ich habe jetzt lange Zeit auf meine Karriere geguckt. Ich will nicht sagen, dass ich egoistisch war, aber es war immer klar, dass das vorgeht. Und vielleicht kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, wo man sagen muss, jetzt darf meine Frau mal loslegen. Aber das werden wir in aller Ruhe besprechen. Aber ich gehe davon aus, dass ich bei den Löwen sein werde. Gucken wir mal an, welcher Funktion. Dann wünsche ich dir das. Wünsche dir zum anderen, dass er vielleicht doch noch mal mit den Rhein-Neckar-Lüben den Titel holt. Wäre schön, zumindest auch für die Region. Denn Handball ist ja ein großer Sport in dieser Region. Und vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich Erfolg nächstes Jahr bei der Heime-Europameisterschaft mit dem deutschen Team. Herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von Coase Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und Armee, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.